Im Allgemeinen ist es so, dass die Menschen oftmals unter dem konventionellen Zwang der Gesellschaft leiden und viele Menschen, oftmals auch junge Menschen, aus der Gesellschaft austreten wollen. Drehen sie irgendwelchen Sekten bei, viele gehen in die Kirche oder sonst was. Viele sagen, jetzt gehe ich in ein tibetisches Kloser, laufen sie rum mit dem Dama, dunkelrotem Kittel, fangen an heilige Lieder zu singen, läuten die Glocke, zählen die Perlen auf einer Mala. Ja, alles schön gut. Sie unterwerfen sich eben genau dieser Lehre, diesem System, aber in Wirklichkeit ist es so, dass sie von einer Gebundenheit in die nächste getreten sind. Anstatt dass sie frei geworden sind, haben sie sich ein neues Konzept auferlegt und hängen jetzt da fest. Ich bin jetzt ein Hindu, ich bin jetzt ein Medanda-Mensch, ich bin jetzt ein Sufi, ich bin jetzt dies und das und jenes. Aber sehen ist überhaupt nichts. Gar nichts. Sven sagt, im Grunde genommen ist Buddha nur der erste Anstoß. Aber wir sind auch keine Buddhisten. Ja, was seid ihr dann, könnte einer fragen. Und Sven würde antworten, alles, was man darüber sagen könnte, würde das Wesentliche verfehlen. Aber es geht nur um das Wesentliche. Und was ist das Wesentliche? Dass du dein ursprüngliches, ureigenes, wahres Sein erfährst. Sonst verstrickst du dich immer mehr in die großen, verwirrten Pfade, die dich da und dort hinführen. So heißt es ja auch in dem berühmten Zen-Buch der Zehn Ochsenbilder von dem geistigen Sucher für irrt in die vielen Pfade läuft er trostlos dahin auf der Suche nach seinem Ochsen. Und was sind diese vielen Pfade? Eben, diese Pfade sind eben all diese Dinge, die dir großes Glück und große Befreiung verheißen, aber letztlich doch dich wieder am Mütchen hinten halten, ja, und dir irgendwelche äußeren Regeln, Dogmen und so weiter auferlegen. Doch Zen ist keine Lehre, kein Dogma. Zen lehrt überhaupt nichts. Denn der alle sagt, ja, es muss doch aber irgendetwas geben, was Zen doch lehrt. Dann würde ich sagen, richtig, hast du gesprochen. Denn Zen lehrt, dass es nicht zu lehren gibt. Das ist die Lehre des Zen. Denn sonst wirst du niemals zur unmittelbaren Erfahrung deines wahren Seins gelangen. Dogma sagt, dann stirb und sei ganz tot. Und dann ist alles gut, so wie es ist. Allen Konzepten, allen Vorstellungen, allem Absterben. Doch wie? Wie soll das geschehen? Fast ein jeder weiß ja, dass Zen, das Wort Zen Meditation heißt. Also meint man, es geht nur darum zu meditieren. So häufig, so oft, wie möglich. Meditieren, meditieren, meditieren. Das Wort Zen leitet sich ab aus dem chinesischen Chan, was wiederum eine Ableitung aus dem indischen Dajana ist. Allgemein spricht man von Meditation. Doch, Meditation bedeutet, man meditiert ja über irgendetwas. Aber Zen meditiert überhaupt nichts, über gar nichts. Demzufolge heißt das Wort genau genommen Versenkung. Sich versenken in die Wirklichkeit deines wahren Seins. In die Wirklichkeit des wahren Seins. Diese Wirklichkeit, dass sich überall, zu jeder Zeit, in allem, was da kreucht und fleucht, Himmels, Sonne, Mond und Sterne, die Berge, die Flüsse, in allen Wesen offenbart. Der Weg der Sitzen Meditation ist sehr wichtig und großartig und wunderbar. Aber es ist nicht Alleinsein. Es gehört dazu. Es bringt dich dahin, dass du dein Gewahrsein stabilisierst und nicht von den Gedanken und den Vorstellungen und von Gefühlen hinweg gerissen wirst und ständig dein Leben nur in der Summe deiner selbstverursachten verselbstständigen Konzepten lebst. Du meinst, das sei es das wahre richtige Leben. Aber letztlich führt es denn dahin, dass du diese geistige Verfassung des Gewahrseins, deines wahren Seins, das jetzt hier in diesem Augenblick sich offenbart, überall und zu jeder Zeit erfährst. Dass du dich versenkst in dein wahres Sein, versunken bist in deinem inneren Grund, verankert bist in deinem inneren Grund, wäre in dem Fall, was ich jetzt weiter sagen will, noch stärker bei allem, was du tust. Vor allem, wie kann ich meditieren, wenn ich jetzt mit 220 Sachen über die Autobahn rase. Doch, ich fordere dich auf, das zu tun, aber nicht in der Weise der Meditation, wie es im Allgemeinen verstanden wird, sondern in der Weise der Versenkung, wiederum in der Weise des Verankertseins, in einem stabilen Verankertsein in deinem inneren Grund. Was ist der innere Grund? Wo ist er dann? Der innere Grund kann nichts anderes sein, als deine absolute Mitte. Das, was dich hält und was dich trägt und was niemand und nichts umstürzen kann. Im Sen spricht man hier von Hara. Das ist die Bauchregion, Urlaub des Bauchnamels, dort fühlt der Mensch seine Mitte. Aber es geht nicht darum, dass du es den Bauch immer fühlst, sondern dieses Leben, diesen Seins Impuls, der sich hier regt. Das, was dich hält und was dich trägt, dein Bewusstsein. Ja, die meisten Menschen sagen, Bewusstsein, Bewusstsein habe ich doch hier oben. Mein Geist, mein Denken, mein Bewusstsein. Aber nicht nur Zen-Buddhisten, auch alle Buddhisten allgemein hin würden sagen, ein totaler Irrtum. Das Bewusstsein befindet sich nicht im Kopf, sondern drei Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Dort kann der Mensch sein wahres Sein, seine Mitte, seine Präsenz, seine Stabilität, sein Bewusstsein fühlen und erleben. Und wenn du sagst, ich erlebe es aber nicht, dann kann ich nur sagen, dann musst du es üben. Übe es. Die Praxis der Meditation, die Praxis der Achtsamkeit bei der Bewegung, allein schon beim Kinn hin, beim Laufen, während der Versenkung, während des Verankertseins und deinem inneren Grund läufst du. Viele sind in der Bremen und sagen, ja, Kinn hin ist der Gang einer Ente. Ich sage, nein, kennst du, wo der strahlt schon? Nein, nein, der Gang eines Tigers. Habt ihr mal einen Tiger laufen sehen? Könnt ihr ja gut sehen, braucht ihr nicht mal zum Zoo, gibt ja jetzt so viele Naturfilme, da seht ihr groß auf, na, ein Tiger, der läuft, haben wir erst vor ein paar Tagen wieder gesehen, auch hat die Maus gesagt, guck mal hier, das ist absolutes Kinn, das ist es, ja. Da ist jede Bewegung und er ist eins. und wenn er seine Pfote aufsetzt, dann ist er mit der Erde vollkommen eins. Der Tiger, die Erde, oben der Himmel, alles eins. Und wenn er sich anschleicht und diese Achtsamkeit dabei und dieser Blick, das ist das, das ist das, Gewahrsein, Achtsamkeit. Wenn du natürlich die allgemeine Weise jetzt dann vorziehst, jetzt verträumt, du sitzt und zu meditieren, dich bemühst, alles Denken auszuschalten und dann gleichzeitig mit 250 Jahren die Autobahn rasen willst, würde ich dir raten, es lieber zu lassen. Das wäre nicht gut. Aber dieser absolute Sinnweg, das Verankertseins in deinem inneren Grund, bei allem, was du tust, Kartoffelschälen, Autofahren, dein Computer bedienen, alles was du machst, auch wenn du mit deiner Frau oder mit deinem Mann im Bett liegst in der liebevollen Umarmung, alles ist das eine. Wenn es irgendetwas gibt, was du ausschließt, irgendetwas, dann bist du nicht im Senhen. Da hast du schon wieder das Wesentliche verfehlt. Untertitelung des ZDF,